Billfinger Billfinger ist ein international führender Industriedienstleister. Mit unseren 37.000 Mitarbeitern erbringen wir für unsere Kunden maßgeschneiderte Engineering- und Serviceleistungen. Wir stehen für höchste Sicherheit und Verfügbarkeit sowie für Qualität und Kosteneffektivität. Unser Subunternehmen Billfinger Nöll zeichnet sich aufgrund von 50 Jahren kerntechnischer Erfahrung sowie der engen Zusammenarbeit mit Energieversorgern, Forschungseinrichtungen und Industrie als ein kompetenter Partner in der Nukleartechnik aus. Unser Wissen und unsere Erfahrung sind unter anderem gefragt bei anspruchsvollen Aufgaben im Rückbau, der Abfallbehandlung und im Service von kerntechnischen Anlagen, national und international. Das bei uns in vielen Jahren angesammelte, umfangreiche Wissen deckt ein weites Spektrum zur optimierten Behandlung und Konditionierung von flüssigen und festen radioaktiven Abfällen ab. Wir beherrschen die verschiedensten Verfahren, um alle Prozessschritte von selektieren, dekontaminieren über kompaktieren bis hin zum Verpacken ausführen zu können. Ausgehend von diesem Fundament werden von uns kontinuierlich anwendungsspezifische Verfahren entwickelt. Darauf aufbauend zugeschnittene Anlagen, national und international geplant, geliefert, in Betrieb genommen und betrieben. Das auf diesen Anwendungen basierende von Billfinger Nöll entwickelte modulare Reststoff- und Abfallbehandlungssystem Hermine stellt dieses Know-how unseren Kunden bereit. Hermine – die bewährte, sichere und effiziente Behandlung von radioaktiven Abfällen und Reststoffen. Mit mobilen Modulen bringen unsere erfahrenen Service- und Montagespezialisten, welche schon seit vielen Jahren bei anspruchsvollen Aufgaben in Kernkraftwerken und nuklearen Anlagen tätig sind, die Hermine-Dienstleistungen in den kerntechnischen Anlagen mit erheblichen Nutzenspotenzialen zum Einsatz. Unser gebündeltes Wissen soll auch in der Zukunft zum Nutzen des Bundes, der Länder und der Energieversorger eingesetzt werden, um das Endlagervolumen, die Strahlenbelastung, die Anzahl der Radioaktivtransporte und den Dokumentationsaufwand zu reduzieren. Der Fokus unserer Aktivitäten liegt auf dem bundes- bzw. weltweiten Einsatz des richtigen Verfahrens zum richtigen Zeitpunkt. Wichtiges Ziel ist es dabei, Materialien idealerweise dem konventionellen Wertstoffkreislauf wieder zuzuführen bzw. Abfälle für die Zwischen- und Endlagerung volumenreduziert zu verpacken. Dies führt nicht nur zu einer Schonung von Ressourcen, sondern parallel auch zu signifikanten Einsparungen von Zeit- und Geldbedarf.